Hallo, heute nähe ich eine Tasche für mein neues Smartphone. Die raffinierte Außentasche bietet Platz für Kopfhörer und Zubehör. Man nehme Reste vom Flissé oder dünne Filz, lege die doppelt auf den Tisch, zeichne großzügig die Kontur des Smartphones ab und schneide die Teile mit einem Zentimeter Nahtzugabe aus. Lege noch ein Stück Stoff unter ein Taschenteil und schneide in der Breite mit einem Zentimeter Zugabe. Die Länge ist etwas kürzer als die Tasche. Schräge die Seite oben ab, dass die Tasche nachher nicht absteht. Die drei Teile schmücke ich mit einer Ziernaht. Lege die äußere Tasche auf eines der Teile und stecke die zusammen. Gleichzeitig passe die Breite an. Im folgenden Schritt nähst du die Tasche an. Nun lege die zweite Teil darauf, sodass die kürzere Teil dazwischen ist. Stecke alles mit Stecknadel zusammen und steppe die Umrandung ab. Nun schneide sehr knapp die Nahtzugaben ab, wende dann die Tasche auf rechts. Fertig! Viel Spaß mit deiner neuen Smartphone-Tasche! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020